Hallihallo und herzlich willkommen nach Ewigkeit mal wieder zurück zu Let's Play Mario Kart 8. Ich hab mir vorgenommen, ich nehm's jetzt einfach im Singleplayer zu Ende auf, beziehungsweise ich hab's im Singleplayer zu Ende aufgenommen. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass der Sterncup nicht aufgenommen wurde, deswegen... Naja. Ihr könnt nicht verlassen, die nächsten Tage werden auch die anderen Cups alle nachfolgen, die bis jetzt erschienen sind. Deswegen, sorry, wenn ich dann halt auch in der nächsten, also in den kommenden Folgen irgendwas anspreche, was in dieser Folge angeblich geschehen ist. Ich hab halt... keine Ahnung mehr, worüber ich geredet hab. Unter anderem hab ich darüber geredet, was ich in diesem Spiel noch freischalten muss, glaub ich. Das Einzige, was ich noch freischalten muss... oh Gott, dieses Spiel ist viel zu laut. Ist der... Jetzt ist es viel zu leise. Äh, ist der goldene Bleiter, für den ich 10.000 Euro zusammen muss. Ich hab bis jetzt 7.000 Euro in das. Also... Ich glaub, ich bin nicht, dass ich das im Nahezug noch erreicht werde. Vielleicht, wenn das zweite DLC rausbekommt, ist, weil ich dann wieder aktiv spielen werde. So, das wird ein Vorschlag passen, hoffentlich. Okay, jetzt kann ich mich wieder aufs Spielplatz trennen. Ach, schön, wenn man vorbereitet ist, nicht wahr? Ja. So, das war's. Ja. Übrigens, wie ihr ja jetzt hier bei der Nukle-Narja schon seht, das erste DLC ist draußen. Seit drei Monaten. Also, da seht ihr mal, wie ich dann nicht so spüre, ich mich mal aufgenommen habe. DLC-Mission, die bereits erschienen sind, nachher finde ich auch. Also, DLC-Mission, DLC... Ihr wisst, was ich meine. Danke. Ich bin echt aus der Übung. Das hat zu lange nach mir geachtet, aber vielleicht Angst, dass einer von denen die Kanzel auspackt. Wenn ich auf dem Game Pit spielen konnte, könnte ich sehen, was... äh, würde, könnte ich sehen, was die für... Eintens haben. Ja. 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 Worüber hatte ich denn beim letzten Mal geredet? Ich glaube, unter anderem habe ich über geplante und nicht vollendete Projekte geredet, weil davon habe ich alle möglichen. Terraria habe ich noch immer nicht zu Ende aufgenommen, aber da habe ich auch noch 40 Parts, die ich im Voraus hochladen kann, also... So schlimm wird's nicht. Resistance Creed Boazahut habe ich schon angefangen lange, muss ich aber auch noch zu Ende aufnehmen. Angefangen und mehr oder weniger abgebrochen habe ich Zelda, also auf unbestimmte Zeit abgebrochen. Zelda Link, also Past und Maybleed Pixels habe ich beide angefangen, aber habe ich in letzter Zeit irgendwie keine Lust mehr gehabt, das weiterzuspielen. Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, oh bitte mach das und das, dann würde ich's machen, ansonsten schaue ich, ob ich irgendwann mal wieder Lust dazu habe. Ich plane jetzt, eventuell den nächsten Let's Play zu Metal Gear Wiser zu machen, weil mir hat das Spiel sehr gefallen beim ersten Mal durchspielen. Und Dark Souls 2 hatte ich auch in Planung, aber ich glaube, es wird einfach zu lange dauern für ein Let's Play. Kann ich mal schauen, ob ich da vielleicht irgendeine andere Möglichkeit finde. Was ich ansonsten immer noch auf Platte habe, ist der Bonus-Part zu SSS Creed 2, in dem ich dann halt alle Nebenmissionen mache, alle Federn einsammelte, etc. Habe ich gemacht. Ich habe das Spiel auf 100% durchgespielt. Aber... Das Video ist für ein... YouTube ist zu behindert, das hochzuladen. Ich müsste das Video, glaube ich, in die kleine Parts aufteilen, um zu machen, um zu hochladen zu können. Und da habe ich dann auch keinen Nerv drauf, dass ich so ein Bumarang hasse. Wenn man das richtig macht, kann man sich da durchgehen und husten auf dem Soppa von dem Wagen. Das war scheiße. Das wird... Das wird nicht mal knapp werden, glaube ich. Ne, doch, es könnte noch knapp werden. Ist alles recht knapp, sehe ich gerade. Ich sage gerade, okay, wir können das Rennen vergessen, aber anders sind wir jetzt schon wieder Erste. Und hat die Hupe. Ich habe die fucking Hupe auf dem ersten Platz. Gut, aktuell ist die zweite, also das ist die Hupe, der jetzt schon wieder Erste. Das ist mit der Vorteil, bei diesem Hammerkasten der X-King, wo er kennt mich schon nicht, wenn es besonders kann, wenn man halt zu gut empfährt. Und dann kann die Usalina nicht mehr zu lange, möglichst gerade ständig machen, wird sich alles aufhörig nehmen. Genau das habe ich mit dieser Hupe gehabt. Jetzt hätte ich nur noch diese Banane schlitten müssen, das wäre es gewesen. Geschafft. Das ist klar. Was kommt als nächstes? Ach, der Diskodrom, den mag ich. Habe ich sonst irgendwelche Spiele, bei denen ich überlegt habe, sie zu let's playen? Castlevania Lords of Shadows, aber ich glaube, dass das ist sein. Ach ja, und den Brief habe ich auch überlegt, zu let's playen, aber das ist, das Spiel ist einfach viel zeitintensiv. Also, vielleicht, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man da einfacher durch. Und ich denke, wenn man nicht auf Schwierigkeitsgrad schwer spielt, hat man, findet man auch ein paar andere Sachen. Und kann deswegen schneller voran schreien. Aber, naja, wenn ich wieder das Spiel kenne, versuche halt die ganze Zeit da zu bleiben und jede Mission als Phantom abzuschließen. Deswegen, naja, wenn ich irgendwie entdeckt werde, dann resette ich halt vom letzten Speichelpunkt. Deswegen dauert das unter anderem recht lange, wenn ich das Spiel spiele. Generell komme ich in letzter Zeit wenig zum Spielen. Oder besser gesagt, generell schaue ich in letzter Zeit lieber an, als zu spielen. So kann man das, glaube ich, besser formulieren. So kann man das, glaube ich, besser machen. Und als Schild eigentlich auch da. Dreier-Panzer kann, wenn man sehr verpeich hat, im Gang werden. Auch wenn noch alle drei Panzer da sind. Ich habe sie noch gesehen. Da ist auch noch mal irgendwer behaupten, die Bananen wären sinnlos. Naja, immerhin. Diese eine Banane, die hat jetzt wirklich voll den Unterschied gemacht. Naja. Muss ich mich jetzt halt beim letzten Rennen ein bisschen mehr anstrengen. Ich überlege gerade, was das letzte Rennen nochmal war im Sternencup. Ach, die Wario-Abfahrt. Hier ist richtig. Ist halt sozusagen... Naja. So ein Streckenlevel halt. Drei Streckenabschnitte. Von Anfang bis Ziel und so weiter. Keine Ahnung, wenn einer von euch Mario K7 gespielt hat, ist vielleicht gleich bei mit Juhu Bergland vom Prinzip. Und das Ganze dann halt sozusagen ähnlich aufgebaut wie... Aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, ist es nur noch halb-so-machlich. Bei dieser Strecken ist es eigentlich nur wichtig, dass man sie einmal gefahren ist, weil es sonst ein wenig unter uns sein kann, weil man es genau sieht, wie man es näher muss. Ich glaube, hier war das Beste, den Weg ganz rechts zu nehmen, wenn ich mich hier rechts erinnert habe. So, können wir die Schaden, das ist besser. Ah, ich hab' nicht. Oh mein, ich hab' nicht. Oh ja. Oh ja. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Schon fertig. Alles klar. Damit verabschiede ich mich jetzt vom Sternenkapp. Und wir sehen uns dann morgen, oder wann auch immer ich das nächste Video hochlade, beim Blättercup wieder. Diesmal kann ich versichern, ich habe es zumindest schon mal zu Ende aufgenommen. Das ist übrigens der Grund, weswegen ich normalerweise ein Projekt zu Ende aufnehme, bevor ich die erste Folge hochlade. Sonst... Naja, dann stören wenigstens nicht die mehrmonatigen Aufnahmeprausen, die ich zerstören mache. Schauen wir uns das noch an. Ach, ich mag's, dass man die Highlights sich nochmal ansehen kann. Ich hätte nur gerne, dass man die Kamera sozusagen freisteuern kann und nachher mit dann, aber ich glaube, man würde die noch ein bisschen zu viel Speicherplatz wegnehmen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So. Wir haben's geschafft. Dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüss. Ich hab keine Ahnung warum, aber ich kann die Aufnahme nicht mehr mit dem Shot verbänden. Gut, dann mach ich's halt so. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü